moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch zeigen wie im kampagnen modus die geheime visiten karte antiheld freischalten könnt und zwar müsst ihr hierfür bei der mission identitätskrise adler beim verhör anlügen und sagen dass per sais in duga ist nachdem ihr das gemacht habt seid ihr dann wieder in der basis und hier habt ihr jetzt nur 30 sekunden zeit leute um zu markierten stelle zu gehen um den hinterhalt zu planen ihr geht einfach hier in den raum interagiert sagt bescheid dass ihr die dahin lockt somit schaltet ihr auch das zweite ende asche für asche frei leute wenn ihr das gemacht habt seid ihr schon bei der mission und hier kommt erst mal so eine kleine sequenz und ihr müsst danach den hinterhalt signalisieren wenn ihr mit adler redet so ist schon geld markiert hinterhalt signalisieren wenn ihr das gemacht habt dann schießt ihr hinten mit dem rpg dann seid ihr kurz ohnmächtig und wenn ihr wieder zu euch kommt seid ihr schon im kampf ganz wichtig leute die markierten ziele ihr müsst eure alten team kameraden töten aber nur mit roher gewalt das heißt ihr müsst aufpassen dass ihr sie nicht mit einer kugel trifft sondern ihr müsst alle im nahkampf töten leute ganz wichtig sobald die einen mit einer kugel erwischt könnt ihr die visitenkarte nicht machen und ihr müsst die mission noch mal neu starten passt auf die schießen von allen seiten so da haben wir schon wutz einfach hingehen nahkampf dann geht die direkt zum nächsten zu messen und ihr geht zu laser so leute bei mir erscheint jetzt nichts ich habe die visitenkarte schon aber falls ihr das genau so macht wie ich dann werdet ihr die visitenkarte bekommen als nächstes steht da erledige adler aber das müsst ihr nicht machen leute das das braucht ihr nicht für die visitenkarte ihr müsst halt nur alle drei im nahkampf töten alle markierten ziele und dann bekommt ihr die visitenkarte und noch was leute wenn ihr am ende bei adler seid wird euch fragen ob ihm auf dem boden das feuerzeug reichen könnt wenn ihr das macht dann wird durch versuchen anzugreifen aber ihr könnt ihn einfach dann töten bevor ihnen das feuerzeug gibt und ihr schaltet einen neuen erfolg frei so das war's mit dem video leute falls euch das video gefallen hat und ich euch helfen konnte lasst doch ein like da und für all die noch kein abo bei mir haben können das an dieser stelle gerne ändern ansonsten bis zum nächsten mal